das ist verdammt dumm Leute doch noch ein kurzer Mann sie kann ich haben naja mir fällt doch gerade nicht sein was sie überhaupt können kann ich hier nicht irgendwie die Vase einsetzen oder so ich sag nur das große die ich werde sich die Lösung ist simpel um sie kann sich ja nicht angeln okay dann gehen wir durch den Raum wo ich glaube ich nicht gewesen bin wahr sein dürfte muss ach ich weiß nicht was ich gerade sage ähm ja uh hier geht's nicht weiter Mensch äh okay geht's auch nicht weiter aber da kann man hochklettern ich mein hinter mir kann man auch hochklettern aber ich will erst hier hochklettern okay sie will nicht hochklettern dann klettern wir hier hoch weil klettern Spaß macht so äh oh ich könnte sagen ne hier bin ich hergekommen hier ist ich bin ich hergekommen ähm erge- äh erge- äh ja verdammt wie komme ich weiter ich ich das meine ich das war schon mit diesem komischen Raum der sich hundertmal gedreht hat ich ich mein das war ja nicht mal ein Rätsel da musste ich ja wirklich das nur einsetzen ne und das war ja nicht schwer genug und da hab ich ja auch gesagt das ist ja nicht mal ein Rätsel und ich wette ich werde bei anderen Sachen dann erst recht nicht weiterkommen siehe jetzt ähm ich habe es übersehen irgendwas irgendwas ist immer irgendwo oder irgendwo ist immer irgendwas oder kann ich da haben ja ich kann da langhangeln ich äh das große D ähm so sag ich ja ich muss irgendwie immer alles zweimal erkunden diese müssen wir eigentlich auch extra da langhangeln die hätten doch einfach den Weg so einen Weg dahin bauen können oder eine Brücke oder 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 auch was weiß ich okay ich weiß nicht wann wir uns von verlassen können ach gut hat sich ja erledigt war ja klar war ja klar dass sie dagegen spielen muss z und der wird ach so knapp und was hat es uns gebracht war er Skorpion ach die Tür ist offen es gibt immer noch sieht von weitem aus wie eine Spinne ja 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 so na Speichern diese Erkenntnis muss ich speichern was passiert jetzt ja ja äh ja wieder irgendein Raum wo ich keine Ahnung habe wo der ist sag mal ach so okay das hat sich erledigt ich sollte mal lieber mich erst umschauen bevor ich mir solche Fragen stelle wie wieder im Raum ach so nee hat sich ja auch erledigt Leute das sieht nach Tod aus oder auch nicht ähm schwimmen ja wohl wie ich schwimmen doch liebe wie wir alle schwimmen lieben ach man das ist das einzige was ich echt nicht leiden kann schwimmen schwimmen also wenn mir vad wass angekommt mit wass r t so meine stimme aber echt jetzt jetzt krieg ich sie genau und jetzt mach ich meinen kopf wieder nach unten wie peinlich die kamera umschwenkt dauert ja schon jahre ich wette es klappt nicht warum auch ich glaube hier war oben hier war oben nein hier geht's hoch aber ihr wisst doch was ich meine ich meine mein deutsch kann euch ja egal sein hauptsache hauptsache ihr versteht was ich meine was ich sagen will was ich euch versuche mitzuteilen was meine botschaft an euch ist an all die draußen an an all die da draußen zuhören zugucken beides jetzt habe ich rausgelassen was ich sagen will ich hoffe ihr versteht mich danke ich erkläre jetzt nicht was gerade passiert ist ich habe auch gerade kein feeling dazu kein kein feeling kein 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 wie lange soll denn das hier noch gehen laufen kriechen laufen kriechen ich meine ich muss ja auch wieder in den vorherigen raum zurück und und ich weiß bestimmt nicht mehr wie das geht ich verlaufe mich hier ich kann mach so künstlich können ich kann äh m m m m das ist doch im kreis gelaufen Okay. Hey, wir kennen jetzt ne Abkürzung. Eigentlich nicht wirklich ne Abkürzung, aber aber ne Abkürzung. Aber wie war denn das? Achso, ne, falsch. Falsch, 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 falsch. Ich muss zum Mitteln. Ähm. Ach komm, lass dich rein, verweh, du stoppst. Okay. Oh, oh! Ja, 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 Vase 1. Das heißt, es gibt auch noch Vase 2 und Vase 3 und Vase 4 und Vase 5 und Vase 6 und... Okay. Kann ich hier einsetzen? Nein, kann ich nicht. Warum? Vernammt. Äh, da bin ich hingegangen. Das ist unsere tolle, in Amführungsstrichen tolle Abkürzung, die keine Abkürzung ist. Aber warum ist der Gang dann da? Ich wette, da spielt noch eine sehr 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 bedeutende Rolle. So. Nicht erschrecken, wenn was um die Ecke gehuscht kommt, aber ich hab mich noch nie erschrocken. Das sind schon wieder so verzweigte Gänge. Guckt euch das an hier. Wasser, 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 Wasser. Da ist irgendwas. Da gibt's hier Gänge. Da geht's da lang, da lang, da lang. Da hinten geht's lang und geht's da hinten wirklich lang? Da geht's nicht lang. Siehst du, ich lüge euch sogar an. Ich sage, da hinten geht's lang, aber da geht's nicht lang. Was? Das ist das Letzte, was man machen sollte. Lügen. Ja, Strömung. Ich hab nicht gespeichert. Verdammt. Komm ich hier. Ähm. Lassen wir uns treiben. Ach, hier war ich doch schon. Leute. Ich mag Rätsel. Nicht. Jetzt kommt wieder so ne schaurige Musik. Ich weichere erst mal. Ich weiß... Nein. Ich weiß nicht, wenn ich... Komm schon. Ich muss doch die Vase da einsetzen. Ah! Du schreist doch förmlich danach. Eingesetzt zu werden. Ich meine... Hier kommt doch bestimmt Wasser raus. Füllt die Wasser... Äh, füllt die Wasser mit Vase. Genau. Füllt die... Füllt die... Vase mit Wasser. So. Oder... Irgend so was. Was weiß ich. In 2-Minor-Passir ist doch alles ne ganze Kettenreaktion. Alles ist dein einziger... Mechanismus! No! Warum? Ähm... Äh... Ich gehe nochmal in den Raum. Hm. Hier gibt es so bestimmt einen Knopf, der die Strömung... Ah ja. Gut. Hier gibt es einen Knopf, der die Strömung deaktiviert. Ah! Du Drohmerku! Was? Oh. Ich habe einen Gang gefunden. Ich danke dir, Lara. Und was liegt hier? Ich kann es nicht sehen. Ja. Munition. Ich habe keine Lust in die Strömung gerüstet zu werden. Aber hier ist ja schon die Strömung. Also, verkrüm ich mich mal wieder. So. Ah, ich komme nicht raus. Ach Gott. Ja, ich weiß, Strömung. Ja, ja, ja. Äh. Oh, ja, 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 ja. Das ist ja richtig auch Service hier. Ja, richtig Achterbahn. Äh, Rolltreppe. Ähm. Ich danke zutiefst, dass ihr mich hierhin gebracht habt. Äh, wirklich? Mein Dank ist gar nicht auszudrücken. So toll freue ich mich. Äh. Quietsch, 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 warum hakt es? Okay. Warum hakt es? Warum hakt es, Laura? Wieso hakt denn das jetzt? Hast du keine Lust mehr mit mir zu spielen? Hallo? Oh, toll. Man zieht sich die Waffen. Aus irgendeinem Grund hakt es gerade. Okay, gut. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, du bist doch nur, dass ich mich bei dir entschuldige, Laura. Deswegen zickst du rum. Weißt du was? Du kannst mich einfach mal. Du kannst mich mal. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh Gott. Nein! Jetzt geht das schon wieder los. Ey, das treibt mich in den Wahnsinn. Euch auch? Euch auch. Genau, ich beantworte einfach mal die Frage, die ich an euch stelle. Euch regt es auf. Und wer, wenn nicht? Nein. Gewalt ist das letzte, was man anwenden sollte. Fallen bei Lara Croft. Es nützt nichts. Hakt es schon wieder. Ah, was hat es? Ach, die zick nur rum. Warte, gleich geht's wieder. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, müssen wir das Spiel hakend weiterspielen. Ah, jetzt geht's. Du bist einfach nur dämlich. Weißt du das? Alle guten Dingen sind drei. Ich hab das Gefühl, du springst jetzt wieder zur Seite, obwohl ich das nicht will. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Vielen Dank.